Was kann man hier gut machen? Hier sind halt die Raids sehr gut, wegen der An- und Ausfahrt vor allem, man kann halt hier gute Lines fahren. Hier gibt es auch eine geile Halle, aber das ist super. Let's go man! Wir müssen einmal da dran. An der Special Rail. Back to back Jungs! Ich sag doch, der Spot hat Potenzial! So geil!